so da sind wir wieder dabei eigentlich habe ich nur die aufnahme gestoppt und wieder an geworfen ich habe sie mit stein beworfen ach stimmt das habe ich ja beim letzten mal vergessen ja sag ich in letzter zeit nicht immer so oft so wir waren hier beim merkel läuft schon vorbei aber wir haben es ein bisschen eilig obwohl die aufnahme auch gerade erst begonnen hat so dass wir jetzt machen wir noch zwei stunden später das gibt es ja nicht wie langsam ist das denn bisschen schneller b hallo so hoff da kämpfen noch mal kürzen wir unsere schlechteste angst okay rauf darauf darauf da meinung 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 so kein wort die letzte mal durch zu klingen der der das herz der güte näher soll mitten von allen stehen wie ein schwarm auf einen teich voll wälder weißt du das leber nee nee warte Irgendwas muss ich hier benutzen Ah Jetzt kam noch die Sache mit dem Ring So, das funktioniert so Eins, zwei, drei Kiste, Fake, oder? Nein, doch Ja, was? Also so eine auffällige Kiste, aber Okay, das ist nicht gut Benutzen wir Kiese, benutzen wir Esse, benutzen wir Böe, benutzen wir Dann nochmal Heilung So, haben wir alle rauf So, dann beführst du Venus, beführst du mal Mars, beführst du mal Äh, Jupiter, beführst du mal Merkur Ja, ich weiß, wir brauchen 5 Stunden zu so weit Wir sind echt an der Level, würde ich sagen Endlich Heilwasser Mit Lebenswasser, okay Das ist gut, nur sind wir alle ein bisschen angeschlagen jetzt Oh, hier, kommen wir durch Okay, jetzt musst du gut teilen Ah Psy-Rüstung Okay Und Mitte Es ist nicht, okay Also war das ja eigentlich nur Verschwendung Der zeigt Genau wie dieser Kampf Stimmt, Mars kann ja noch beschwungen werden Stimmt, Mars Komm schon, Gareth, wieso bist du so langsam? So. Genug Münzen, auf jeden Fall, für die Kämpfe geben auf jeden Fall viel Freude. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, da drühe Kameramon Nein Verdammt Verdammt Okay, ne, dann gehen wir erstmal da rüber Ne, es hat auch wohl nicht gereift, was zum... Ne, wir müssen dahin Nein Nein Hm. Ich verstehe den Raum nicht. Ah, geht's auch nicht weiter. Okay, das ist kompliziert. Okay, gehen wir nochmal hoch. Gehen wir nochmal alles ab. Hier kann man nicht durch. Hier kann man nicht durch. Hier kann man auch nicht durch. Wir machen das jetzt, wie man es machen sollte. Nee. Man kann jetzt das Rätsel machen, ohne das auszuschalten. Schnell hier durch. Was blöd ist. Komm, nerven. Ich will jetzt herausfinden, wie man dieses Rätsel macht. Oh, schnell. So. Hier runter. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Und hier kann man durch. Hier ist er nicht. Splatoon, bevor es Splatoon gab. Tschüss. going. Loll. Okay. Jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Jetzt bin ich hier. Ja. Ja. Und ziehe ich dann durch. Ach komm. Ein paar von mir sind es bei Zugegnern, weil ich meine Leute hier momentan kann, aber wenn ich die schieße, die sind einfach nur schleimig und ecowash. Also schnell weg mit denen. Hau drauf. Ja, sorry fürs Vorspulen, aber ich kann nichts dafür, wenn die nur am Nerven sind. Hier müssen wir das Wasser anschalten. Das machen wir doch mal schnell. Okay. So, und jetzt holen wir das aktiviert, ha? And ich gebe es hier noch irgendwo, die da geht. Nein? Okay. Dann. Geh hoch, ach komm. Ich werde einfach nur das schnell hinter mir haben, weil dieser Dungeon einfach so heftig nervt. Ich habe mich, wie ein Maiskart in einem Landkreis gelaufen bin. Schnell. Ich habe nur diese eine Gegner, aber wir haben uns fast eine Nacht. Hab, ja, haben wir. Okay, wir machen was zu verschieben. Ah, ich sehe schon. Es ist nicht so. Ich sehe noch ein Arot. Ich sehe noch nicht. Ich sehe noch nicht. Ich sehe noch nicht. Fettum Nyo Nyo Bam Okay, das ging doch schon mal viel schneller als die normale Geschwindigkeit, wenn ich mal sage Haben wir uns erst mal Zeit gespart Das Goldzahn 3 ist ja eins meiner Lieblingsspiele Schien wir weg Ist da, schien wir weg Ist da, da sieht das ordentlich aus Schien wir weg Da ist was Und hier auch, oder? Nee Kiste Los Ja, das ist geil Geile Lust auf jeden Fall So Hier hoch Rechts Verdammt Da muss ich Magie benutzen Die Magie der Magie So Verschiebe das einfach mal so Logisch aber wahr Wasser Kann Wände verschieben So Was ähnliches Mal mit Schlüssel bei Link to the Past Im Wüsten Dungeon Da erinnere ich mich Grau an sowas Da gab es sowas Was So, Splatoon-Tintfische Schon wieder Schnell So So Jetzt heilen wir den Typen nochmal Da heilen wir ihn nochmal Oh Hm Die Gegner sind schon ein bisschen härter Die machen wir dann, äh So Platt Okay Das war viel Scham, was die getötet haben Das war viel Scham Okay So Wir müssen nämlich schnell mit der Story vorangehen Ach, hier kommt man durch Ich hoffe, wir verpassen einfach mal nichts funkt Das hat alles nicht so hoch und noch mehr Silppen man erkennt mit mir Hay care die zurück Keine Gerste Erd soll aufschwingen sollen. Okay, dann was müssen wir mit dieser Statue machen. Sie Ehren. Stimmt. Huch, der Regenbogen ist weg. Lol, ist klar. Der Wasserfall wurde zum Wasserauffall. Wasserauffälle. Yes, als Aufzugersatz 2017. Hui. Ja, Isaac ist wahrscheinlich ausgerutscht. Oder sie haben eine andere Animation für ihn benutzt. So, oben wären wir. Leuchtturmspitze. So, alle pp noch mal aufhören. Nutzen wir mal unser letztes Heilkraut. Am Tisch. Sie hat noch ein Heilkraut. Oh, mit, und mit dieser ähnlichen Musik und fliegenden Steinen. Ich mag solche fliegenden Steine etwa. Die haben so etwas an sich. Aber nicht unterfallen, das ist gefährlich. Na, da stehen sie noch mal hier. Ja, da hören. Ähm, das war's dann mit dieser Folge. Ciao und, äh. Ja, ciao. Bye. Nya. Äh. Boa.